Danke. Ihre einzigartige Perspektive und Ihre Geschichte nach Frankfurt. Es ist der erste Tag und ich verliere meine Stimme. Es ist ganz schlimm. Die vergangenen Wochen und Monate waren hart für den Buchmesse-Direktor Jürgen Boos. Kein Wunder, dass da auch schon mal die Stimme versagt. Vor der Festhalle wird am Morgen noch gewerkelt. Drinnen startet die Buchmesse schon mit der ersten Pressekonferenz. Wir sind alle ziemlich aufgeregt hier über die Kolleginnen von der Buchmesse. Auch die Verleger, keiner kann sich das so richtig vorstellen, wie wir das aussehen. Letztes Jahr nur digital, jetzt physisch hier. Menschen aus 80 Ländern hier. Wir sind alle super aufgeregt. 2000 Aussteller aus 80 Ländern, das ist schon was. Gastland in diesem Jahr ist Kanada, das am Morgen auch seinen Ausstellungspavillon vorstellte. Die Form dieser Wellen und Hügel sei inspiriert von Papier, das aus einer Druckmaschine quillt, so der Designer. Man wolle damit die Verbundenheit zur Kultur darstellen. Und an Kultur hat das amerikanische Land ja einiges zu bieten. International bekannte Autoren wie Margaret Atwood und viele Bücher, die es mittlerweile auch auf Deutsch gibt. Wir hoffen wirklich, dass wir die Menschen so beeindrucken können, dass sie Kanada kennenlernen wollen und neue Dinge entdecken. Dafür hat Kanada auch einiges an Prominenz aufgefahren. Die offizielle Eröffnung vor gut zwei Stunden übernahm unter anderem die Generalgouverneurin von Kanada, ihre Exzellenz Mary Mae Simon, die extra dafür angereist war. Wir sind eine multikulturelle Nation. Das ist nicht nur ein Fakt, das ist Teil unserer Identität. Dieser Geist wird lebendig in der kanadischen Literatur, die überquillt vor neuen Stimmen, vor neuen einzigartigen Perspektiven, die alle Teil des diversen Hintergrunds von Kanada sind. Das ist unsere singuläre Pluralität und wir wollen sie mit Ihnen und dem Rest der Welt teilen. Doch so ganz Friede, Freude, Eierkuchen war heute nicht alles. Die Buchmesse musste erneut Kritik einstecken, weil sie auch in diesem Jahr Rechteverlage als Aussteller erlaubt. Deshalb hatte gestern die Autorin Jasmina Kuhnke ihren Auftritt auf der Messe abgesagt. Aus Angst vor rechtsextremen Angriffen. Auf ihren Social Media Accounts erklärte sie, dass ihr als schwarze Frau nur das Mittel des Boykotts bleibe, um sich selbst zu schützen. Der Direktor der Buchmesse pocht auf die Meinungsfreiheit. Wir müssen leider auch Meinungen oder die Präsenz von Menschen aushalten, die ich nicht unbedingt gerne hier hätte. Aber die Buchmesse steht für diesen möglichst offenen Diskurs. Und alles, was hier von den deutschen Gesetzen gedeckt ist, diese Inhalte werden sie auch auf dieser Buchmesse finden. Dieses Thema wird nie weggehen. Doch die Buchmesse wird sich auch in Zukunft dieser Debatte wohl immer stärker stellen müssen. Back to Business heißt eben auch in diesem Jahr nicht Back to Normal. Das trifft auch auf die Besucherzahlen zu. Während 2019 noch mehr als 300.000 Menschen auf das Gelände strömten, dürfen 2021 maximal 25.000 Gäste pro Tag kommen. Maskenpflicht inklusive. Ja, und mir ist jetzt die Sprecherin der Buchmesse, Katrin Grün, zugeschaltet, die gerade im kanadischen Pavillon steht. Frau Grün, vor zweieinhalb Stunden wurde die Messe eröffnet, gerade eben der Pavillon des Gastlandes Kanada. Ja, wie war denn die Eröffnungsfeier für Sie? Das muss doch was ganz Besonderes gewesen sein, nachdem die Buchmesse im vergangenen Jahr ja eher in einer abgespeckten Version stattgefunden hat. Ja, die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse ist natürlich immer ein ganz, ganz erhebender Moment für uns, die wir ein ganzes Jahr lang eigentlich daran arbeiten und mit den Ausstellern und mit Medienpartnern ein großes Programm zusammenstellen. Und wenn dann einfach dieser Moment da ist und die Buchmesse eröffnet wird, dann fühlt sich das einfach ganz toll an. Und da sehen wir einfach auch die Früchte unserer Arbeit. Jetzt war ja lange gar nicht klar, ob Publikum überhaupt zugelassen ist. Jetzt haben wir es auch eben im Beitrag gehört, 25.000 pro Tag. Was hat das denn eigentlich auch für die Planung bedeutet? Sie müssten ja dann auch ein Hygienekonzept auch beachten und immer so einen Plan B auch in der Hinterhand haben, oder? Wie ist das denn bei der Planung? Ja, also die Planung war natürlich in diesem Jahr nochmal sehr komplex, weil wir einfach nicht genau wussten, wie sich das mit der Impfentwicklung weltweit weiterentwickeln würde. Und es gibt einfach eine große Planungsunsicherheit. Und bei Ausstellern von 80 Ländern muss man das natürlich auch alles einkalkulieren. Und insofern ist dieser Planungsprozess in diesem Jahr schon sehr dynamisch und sehr beratungsintensiv auch gewesen für uns und die Kunden. Und das ist aber einfach toll, dass wir jetzt trotzdem diese 2000 Aussteller aus über 80 Ländern, dass die jetzt in den nächsten Tagen hier in Frankfurt sein werden und ihre Geschichten hier erzählen werden. Also das hat alles gut geklappt, wie ich das jetzt rausgehört habe. Ja, also im vergangenen Jahr war ja alles virtuell, dieses Jahr mit Publikum. Die Buchmesse ist ja die größte und bedeutendste Messe hier in Frankfurt. Was bedeutet das denn jetzt auch gerade in dieser Zeit für den Messestandort Frankfurt? Ja, mit der Frankfurter Buchmesse ist einfach eine internationale Veranstaltung von Weltrang in der Stadt, die die Aussteller wirklich aus der ganzen Welt hierher bringt. Das ist natürlich auch wirtschaftlich ein wichtiger Faktor. Und man merkt es natürlich auch in einem Jahr, wo sowas wegfällt, dass es da den Hotels und den Gastronomen und so weiter, dass es einfach für die auch schwierig ist. Also dass sich da auch viel verändert hat in der Branche. Ja, also die sind natürlich auch glücklich, dass es jetzt wieder stattfindet. Jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss. Am Wochenende dürfen ja auch wirklich alle Besucher hingehen. Worauf müssen die denn achten, wenn sie zur Messe gehen? Genau, das Buchmessewochenende beginnt in diesem Jahr schon am Freitag um 14 Uhr. Da können schon Besucher auf das Messegelände kommen und sie können auch da schon Bücher kaufen bei den ausstellenden Verlagen. und es ist natürlich so, dass man auch an den Eingängen, wir haben zwei Eingänge auf das Gelände, dass man da einfach ein bisschen Zeit mitbringen soll. Es wird nach 3G kontrolliert. Also man muss einfach ein bisschen Zeit mitbringen. Aber es wird auch, glaube ich, sehr professionell abgefertigt. Ja, also auf jeden Fall Zeit mitbringen, das ist ganz wichtig. Katrin Grün, Sprecherin der Buchmesse in Frankfurt. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.